Circa zwei bis sechs von tausend Kindern sind bei der Geburt mit CMV infiziert. Ob das jetzt schlimm ist oder nicht, was diese Kinder zu befürchten haben, wie man das Ganze therapiert oder auch vorbeugt, das erfahrt ihr alles in diesem Video. Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Heute sprechen wir über die CMV-Infektion in der Schwangerschaft. Sie ist nämlich die häufigste infektiöse Ursache für geistige Behinderung und nicht erbliche Hörstörungen im Kindesalter. Zunächst müssen wir aber klären, CMV haben die meisten Personen vor einer Schwangerschaft noch nie wirklich gehört und in der Schwangerschaft macht man sich auf einmal riesige Sorgen, weil man weiß und hört, ach, das ist ganz schön gefährlich für mein ungeborenes Kind. CMV bedeutet übersetzt das Zytomegalivirus und ist eine Gattung der Herpesviren. Ja, Herpesviren gibt es auf dem Kanal hier genug von zu hören, beziehungsweise haben wir auch alle schon mal gehört, denn Herpes an der Lippe kennt so fast jeder Mensch. Aber dieser CMV ist auch ein Herpesvirus. Da möchte man meinen, ja gut, bei dem Lippenherpes, da ist ja die Durchseuchung wahnsinnig hoch, weit über 90 Prozent haben, damit schon mal Kontakt gehabt und sind dann ja auch immun. Bei CMV sieht es aber etwas anders aus. Man schätzt, dass über die Hälfte aller Schwangeren noch nie Kontakt hatten mit CMV. Und das ist nämlich auch genau das Risiko, die Erstinfektion. Und bei der Primärinfektion kommt es auch wahnsinnig darauf an, wann ich mich in der Schwangerschaft anstecke. Je früher ich mich anstecke, also im ersten Schwangerschaftsdrittel, desto gefährlicher ist es für mein ungeborenes Kind. Je später ich mich anstecke, desto ungefährlicher ist es für mein ungeborenes Kind. Das ist eine Faustregel, die ihr auf jeden Fall im Hinterkopf auch schon mal haben solltet. Warum man CMV oder auch deren Antikörper auch ganz, ganz früh bestimmen sollte, komme ich gleich noch zu. Wie hoch ist jetzt aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich mein Leben lang noch nie Kontakt hatte, mich jetzt in der Schwangerschaft, in diesen neun Monaten damit anstecke. Und von den Daten her geht man davon aus, dass eine Primärinfektion in 0,5 bis 4 Prozent in der Schwangerschaft stattfindet. Ist also nicht null, ist aber auch nicht bei 60, 70 Prozent. Vor allen Dingen geht es ja auch darum, wenn ich mich als Schwangere infiziere, übertrage ich das denn automatisch auf mein Kind? Wie ist da die Übertragungswahrscheinlichkeit, diese sogenannte Transmissionsrate? Und da gilt auch eine Faustformel, denn je früher ich mich als Schwangere infiziere, desto geringer ist die Transmissionsrate, je später, man kann sich das vorstellen, als ob die Plazenta noch ganz frisch und ganz intakt ist, und je später es ist, desto löchriger wird sie quasi und desto durchgängiger ist sie. Also ist die Transmissionsrate zwar am Ende der Schwangerschaft höher, aber, wir haben ja schon gelernt, nicht so gefährlich. Und diese Transmissionsrate liegt in den frühen Schwangerschaftsdritteln ungefähr bei 30 Prozent und in den späten Schwangerschaftsdritteln ungefähr bei 70 Prozent. So kann man pauschal sich überlegen, was für ein Risiko habe ich jetzt in meiner Schwangerschaftswoche, wenn ich mich selbst anstecke, dass das auf das Kind übergeht. Und da muss man auch unterscheiden, wenn es auf das Kind übergegangen ist, macht es überhaupt Symptome? Denn diese Ansteckungsrate vom Kind, die ist auch nicht 100 Prozent. Ganz im Gegenteil, man geht ungefähr von einer 10-prozentigen Schädigungsrate aus, also Entwicklungsschädigungsrate, wenn man sich in den frühen Schwangerschaftswochen infiziert. Und dann fragen natürlich immer viele, ab wann bin ich denn jetzt safe? Ich weiß immer, erstes Schwangerschaftsdrittel, okay, ich bin jetzt vielleicht in der 15 Woche, bin ich jetzt noch gefährdet oder ist mein Kind noch gefährdet oder nicht? Und man rechnet da immer so grob, 20. bis 23. Schwangerschaftswoche ist so der langsame Übergang, wo die Organentwicklung, die Entwicklung des Kindes ja abgeschlossen ist. Und ab dann sind die Schäden geringer anzusehen als vor dieser 20. Woche zum Beispiel. Jetzt schlittern wir langsam in den diagnostischen Teil rüber. Also wie bekomme ich als Mama mit, ob ich es nicht habe? Und wie bekomme ich mit, ob mein Baby das jetzt hat oder eben nicht? Denn was man wissen muss, als immunkompetenter Erwachsener oder auch als Kind, was ein gestärktes und gutes normales Immunsystem hat, ist die Infektion mit CMV fast asymptomatisch. Leichtes Kratzen im Hals, ein bisschen abgeschlagen, aber mehr passiert da eigentlich auch nicht. Und ganz ehrlich, das haben wir pro Jahr drei, vier Mal locker, ohne dass wir es mitbekommen. Also macht es ja eher Sinn, auf die Antikörper zu gucken, der Mama im Blut. Und hatte die Mama schon mal eine Infektion, haben sich Antikörper gebildet, die man eben im Blut sehen kann. Und sind diese Antikörper vorhanden, muss man schauen, sind das alte Antikörper, also so Gedächtnisantikörper, die für eine Reinfektion dann arbeiten müssen. Oder es ist eine frische Infektion, frische Antikörper, die gerade eine aktive Infektion bearbeiten. Und das macht man natürlich as up, as soon as possible, sobald man eben den Schwangerschaftstest in der Hand hält, alles okay zu sein scheint, sollte man natürlich schon mal gucken, bin ich safe oder nicht, damit man auch vorbeugende Maßnahmen, kommen wir später noch zu, entweder extremer umsetzt oder es ein bisschen lockerer angehen lassen kann. Gemäß dem Fall, du hast dich jetzt im ersten Schwangerschaftstrittel infiziert, man kriegt also raus, okay, du hast eine akute Infektion, wie kriege ich jetzt raus, ob das Kind diese Infektion auch abbekommen hat, also ob die Transmission stattgefunden hat. Das kriegt man nur raus durch eine Fruchtwasserpunktion. Man muss also nach der 20. Schwangerschaftswoche ultraschallgestützt mit einer Nadel ins Fruchtwasser reinpiksen, um zu schauen, sind dort Zellen vorhanden, die für eine Infektion sprechen. Dieses Risiko, dass dabei was passiert, also ein Fehlgeburtenrisiko, liegt bei 0,1% und ist eben viel geringer einzustufen als die möglichen Konsequenzen dieser akuten Infektion beim Kind. Und erst wenn diese Infektion im Fruchtwasser quasi nachgewiesen wurde, müsste man jetzt engmaschiger screenen, ultraschallgesteuert und sogar eventuell eine Nabelschnurpunktion machen, um zu schauen, ob das Kind nach der Infektion überhaupt Symptome entwickelt. Das ist im Ultraschall gar nicht so oft so leicht zu sehen, denn es spielt sich da alles im Millimeterbereich ab und vor allem auch im Gehirn. Verkalkungen, Einblutungen, aber auch ein zu kleiner Kopf oder auch ein Wasserkopf können eine Konsequenz sein, aber auch eine Vergrößerung der kindlichen Leber oder auch Milz kann man sehen. Und typisch ist auch eine Chorioretinitis, also eine Entzündung der Augen. Viel gravierender sind die Spätfolgen, denn so eine CMV-Infektion auch des Kindes kann ja völlig unbemerkt ablaufen. Im Ultraschall sieht man nicht viel und auf einmal wundert man sich im kleinen Kind und auch noch Babyalter, warum sehen die Kinder schlechter, warum hören sie schlechter, warum haben sie eine verzögerte Sprachentwicklung. Und dann noch rauszukriegen, was war schuld, war es vielleicht eine CMV-Infektion vor ein, zwei Jahren, das ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen spielt eben das frühzeitige Erkennen so eine wahnsinnig wichtige Rolle. Dazu kommen wir jetzt. Wenn du an meinem Seminar oder meinem Workshop teilgenommen hast, wo es um die Vorsorgeuntersuchung geht in der Schwangerschaft, was ist mit drin, was macht noch Sinn, dann hast du es ja schon auf dem Schirm. Die CMV-Sirologie, das Screening auf eine CMV-Infektion, ist nicht Teil der Mutterschaftsrichtlinie, ist also eine Selbstzahlerleistung. Und man muss jetzt schauen, ist das für mich jetzt relevant, müsste ich das machen, habe ich ein Risiko, mich mit CMV anzustecken oder habe ich eben ein kleines Risiko und kann sagen, das Geld, die 30, 35 Euro Laborkosten, kann ich mir sparen. Ich blende euch hier mal sehr exklusiv zwei, drei Folien ein, wie das Ganze aussieht, wie detailliert wir das in dem Seminar oder in den Workshops auch besprechen, das Thema. Wenn du diese Inhalte sehen möchtest, dann würde ich dich bitten, Kanalmitglied von diesem YouTube-Kanal zu werden. Dann hast du nämlich begrenzt Zugriff auf eben diese Workshops. Sonst ist das ein sehr exklusiver Workshop für die Leute, die auf der Richtig Wissen-Plattform dort gebucht hatten. So, und jetzt kommen wir zur Prävention. Wie kann ich mich schützen, beziehungsweise habe ich überhaupt ein erhöhtes Risiko? Dadurch, dass diese Übertragung durch menschliche Flüssigkeiten geschieht, also Speichel, Urin, Blut, Stuhl, ist es eine klassische Schmierinfektion, die vor allen Dingen auch im Kleinkindbereich wahnsinnig oft passiert. Solltest du also ein Kita-Kind, ein Kindergartenkind in der Betreuung haben mit vielen anderen Kindern, dann gehörst du quasi zu dem Klientel, die sich das gut überlegen sollten, zu checken, ob man CMV schon mal hat oder nicht. Wenn du jetzt negativ bist, du hast also noch nie Kontakt mit diesem Virus, dann gelten offiziell anerkannte Empfehlungen. Ich werde diese Empfehlungen dir jetzt ganz kurz erläutern. Inwieweit das für dich und euch realistisch zu Hause ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube, regelmäßiges Händewaschen, bevor man seinen Kind die Windel wechselt, bevor man sein Kind im Gesicht rumkrapscht, ist so Basishygiene. Machen wir oder die meisten von uns auf jeden Fall sehr, sehr oft. Weiterer Punkt ist diese Dinger hier. Wie macht ihr das, wenn die Teile auf den Boden gefallen sind? Die meisten Eltern machen diesen ja. Und stecken es dem Kind wieder in den Mund. Und dabei kann natürlich schon vom Kind auf die Mama die Infektion geschehen sein. Sollte man also nicht machen, sondern unter klarem Wasser einfach abspülen, wenn die Dinger runtergefallen sind. Ist so mäßig realistisch. Mäßig realistisch ist auch, aber die offizielle Empfehlung ist so, dass man nicht Besteck teilt. Das heißt, den Flieger und man sagt mal selber, ein Löffelchen für dich, ein Löffelchen für mich, das sollte man eben auch jetzt unterlassen. Und wenn man es ganz genau nehmen möchte als seronegative Mutter, die noch nie Kontakt hatte, dürftest du noch nicht mal dein Kind auf den Mund küssen. Und dann beginnt es so langsam unrealistisch zu werden, denn wir alle möchten unsere Kinder eigentlich gerne knuddeln und auch küssen. Das sind die offiziellen Empfehlungen, wie du vorgehen solltest, wenn du noch nie Kontakt hattest, also seronegativ bist, in der Frühschwangerschaft. Wie du es umsetzt, das ist dein Wir. Ganz, ganz kurz noch zur Therapie, weil das wird sehr speziell. Wir müssen also erst mal schauen, hat Mama sich infiziert? Ja, nein. Hat Kind sich infiziert? Ja, nein. Hat das Kind überhaupt Symptome? Ich habe schon mit der Nabelschnurfunktion erzählt. Da kann man so ein bisschen gucken, ob da eine Infektion, eine symptomatische Infektion stattfindet bei dem Kind, zusammen mit dem Ultraschall. Und sollte man das auch bejahen, hat man also wirklich den Verdacht, das Kind hat jetzt eine symptomatische Infektion, dann kann man therapieren. Ein Studienansatz bzw. ein experimenteller Ansatz ist mit Immunklobulinen direkt nach Nachweis der Infektion. Das heißt, man gibt dem Körper, der Mutter, Immunklobuline, Antikörper, die dann auch dem Kind helfen können. Da zeigen sich relativ schöne und gute und erfolgreiche Daten, aber es ist noch nicht so state of the art. Und was auch noch nicht so state of the art ist, aber auch versucht werden kann bei einer symptomatischen Infektion des Kindes, ist ein antivirales Mittel. Ähnlich wie ihr das beim Lippenherpes kennt mit der Creme, ist ja auch ein antivirales Mittelchen drin, kann man das Ganze eben auch über die Wehle geben, der Mutter, damit das auf das Kind übertragen wird. Und da zeigen sich auch recht gute Daten, dass diese Kinder davon profitieren, von dieser Therapie. Nach diesem Video ist euch auch klar, dass diesem Thema Prävention, das vorherige Abchecken, ob ich überhaupt eine Infektion haben kann, jedenfalls eine Primärinfektion oder nicht, und diese präventiven Maßnahmen, wenn nicht, sehr, sehr wichtig sind, weil einfach die Kaskade bis zur Therapie sehr lang sind. Und das solltest du aus diesem Video grob mitgenommen haben. Ich hoffe, ich habe dich nicht erschlagen. Es ist ein sehr umfangreiches Thema, wo ich noch bestimmt eine halbe Stunde drüber sprechen könnte. Alle Leute beschweren sich immer, dass ich so lange rede, aber wie soll ich so ein Thema in einer Minute verpacken? Es geht einfach nicht. Ich würde mich extrem freuen, wenn du Kanalmitglied wirst, dann kriegst du ein paar exklusive Inhalte. Ich würde mich extrem freuen, wenn du bei Social Media mit reinguckst. Gerade bei Instagram bin ich wahnsinnig aktiv und gebe da auch immer mal Wissen zum Besten. Und den Kanal abonnieren, das wäre auch noch eine gute Maßnahme. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß, bis dahin. Tschüss. Au revoir.